Hey Leute, willkommen zurück zu The Forest VR. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ausdauer weg. Und ich hab Hunger langsam. Nein, Hilfe! Hier ist ein Krokodil. Ein ganz großer. Ein Krokodil? Geh weg, geh weg, geh weg. Nicht ins Wasser rein. Ja, oder lauf vorbei. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Hey, das ist ja furchtbar. Ach, da ist ein Schildkröte. Hallo. Ach süß, der hat sich jetzt versteckt. Er will halt auch nicht sterben. Nee. Hier ist das Wasser. Okay, ach süß. Die hat sich so eingegangen. Na, dann darfst du leben. Deine Überlebenskünstler. Ja, okay. Wir hacken jetzt Holz und dann machen wir ein Feuer hier. Sonst gehen wir gleich noch drauf. Also bei mir wird das Spiel immer dunkel. Also das ist sehr seltsam. Jetzt hab ich richtig sternklaren Himmel. Gerade war's noch nicht. Okay, wir machen ein Feuer. Wo soll ich das hinmachen? Äh, warte mal. Machen wir ein Leuchtfeuer direkt? Ein Riesending? Nee, ne? Einfaches reicht erstmal, oder? Ich denke schon. Ist ja nur... Dann brauchen wir... Wie werde ich denn den Stamm jetzt hier wieder los? Okay, das brennt. Äh, weiß ich gar nicht. Das ist schön. Ich werd meinen Stamm nicht los. Ich glaub das noch immer nicht so gut mit dem... Aufs Feuer schmeißen. Hä, wie? Ich krieg den nicht ab. Kriegst du den nicht ab? Nee, ich weiß gar nicht wie. Äh, versuch noch mal... Jetzt. Grip-Taste? Ja, nee, hier nach unten drücken. Okay. Ich bin ihn losgegangen. Wir haben noch einen Hasen. Einen Hasen hab ich auch. Warte mal, hier ist noch ein Vogel. Den würd ich gar nicht... So. Okay. Wir haben was auf dem Feuer liegen, auf jeden Fall. Mhm. Oh, es wird jetzt echt Zeit für mich. Für dich auch. Mhm. Jetzt hab ich hier ein Essenszeichen, aber weiß nicht wo. Ich brenne. Ich renne ins Wasser, ran ins Wasser. Dann frisst mich das Krokodil, oder? Nee. Jetzt hab ich mir den blöden Vogelkopf hier in der Hand. So. So. Ah, ich kann essen. Alles gut. Okay, ich bin aber noch nicht gesättigt. Oh. Jetzt bin ich voll. Okay, jetzt brauch ich nur noch was zu trinken. Ja. Da können wir uns eine Dose nehmen. Brennt der Hase jetzt, oder? Wenn der da liegt, glaube ich schon. So, ich hab noch einen Hasen draufgelegt. Also, Fleisch haben wir jetzt genug. Ähm. Ja, ich kann den immer... Bauen wir uns hier noch eine kleine Öte. Immer noch nicht essen. Im Jagdunterstand machen wir uns. Ich brenne auch. Ja, man brennt irgendwie relativ schnell. Ja. Ja, ich sterbe. Nein. Mach keinen Scheiß. Nee, ich verhungere halt. Ja, aber nimm... Da ist ja was fertig. Nimm jetzt. Wäre blöd, weil du verlierst dann erstmal deine ganzen Ausrüstungsgegenstände. Ja, jetzt bin ich ziemlich satt. Das ist gut. Aber was ist denn jetzt hier? Ist hier noch ein Einmannhase drin, oder? Raunfeld! Oh! Es ist aus, dass du in meine Richtung kommst. Das könnte ich ja auch mal ein bisschen mithelfen, ne? Wie viele Bäume brauchen wir noch? Wir brauchen noch Äste und Steine. Großen Dinger haben wir. Äste und Steine. So. So. Da ist doch was. So, Steine liegen hier überall rum. Ich hab hier grad einen gebracht, aber ich glaub, mein Inventar ist voll. Ich kann den gar nicht auf normale Art und Weise nehmen. So. Das kann man hier auch speichern. Use. Speichern. Du kannst auf jeden Fall auch speichern, falls mein Speicher mal irgendwie kaputt sein sollte. Ist wahrscheinlich nicht schlecht. Wenn du dann auch eine hast. Ich hab noch... Och Mann, ey. Das ist doch so doof, ist das. Ach, jetzt werden sie wieder. Naja. Was so schön ist. Kommen wir einfach mal. Okay, die haben noch. Es wird so lange gehen, bis einer an das Krokodil rennt. Genau. So, jetzt können wir uns hier nochmal... Der Hase ist noch im Feuer. Was ist denn das hier eigentlich? Bist du denn... Ja, ich bin auch relativ voll, von daher macht das jetzt, glaub ich, keinen Sinn. Man könnte jetzt höchstens noch hier so ein Wasser-Ding hinstellen. Wassersammler. Ja, aber dann würde ich doch eher vorschlagen, dass wir in unsere Base gehen, oder? Ja, ja, wir suchen die sowieso gleich. Langsam komme ich da einigermaßen rein in das Spiel. Lauf. Ja, ja. Aber auch eine Zeit lang, ne? Ja. Aber die Base wird halt immer noch nicht angezeigt. Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, wenn wir den Strand entlang laufen, sollten wir auch irgendwann darauf stoßen, ne? Ja, und ich bin auch der Meinung, dass wir hier noch nicht waren, weil wir diese Hütte da entdeckt haben. Die war ja letztens noch nicht. Ja, aber das, äh, dass man hier nicht... Man kann doch bestimmt ne Map öffnen, oder? Oh, hier knackt's überall. So ne kleine Map, wo wir schon waren, wär nicht schlecht. Ich wüsste nicht wie. Votems, SOS. Baue dein Lager, finde... Achso, To-Do-Liste haben wir auch. Erkunde Höhle auf Felsvorsprung. Ach, das hat er eben einget... Ne, wir waren da noch nicht. Also wir könnten sogar in diese Höhle da hinten rein, wenn wir jetzt wieder Tag haben. Mh, ja, das könnte man machen. Wir können aber auch wirklich unser Haus wieder suchen. Komm, ich glaube, wir wurden entdeckt, oder? Von wem, von wem? Er hat doch irgendjemand geschrien, laut. Ich hab nichts gehört, aber... Echt nicht? Doch, da kommt was, da kommt was. Oh, ganz schnell. Wo ist denn das Wasser? Ihr lauft nicht zum Krokodil. Oh, zwei Leute? Ja, ich bin im Wasser. Drei Leute. Ich würde sagen, wir kämpfen. Komm. Das sind vier. Ne, das sind drei. Jetzt muss ich auch kämpfen. Oh. Komm, komm. Stirb. Da kommt noch einer, Achtung. Ja, der ist down. Ja. Okay. Da kommt noch was, oder? Ja. Krokodil, Krokodil. Lauf. Oh Gott, ey. Kann mir das erschlagen? Ja, aber ich weiß nicht. Ich hab nicht mehr viel Energie. So, nee, dann lassen wir's lieber. Da kommt wieder was. Oh Mann, ich will das nicht. Zwei Gegner, zwei Gegner. Dann müssen wir zusammenbleiben, oder? Ich muss, ich muss, ich bräuchte mal wieder was. Komm, lauf doch weg. Komm mit, komm mit hier lang. Komm mit, komm mit. Hier können wir wieder ins Wasser, und das wird auch hell. Weil hier ist ja das Krokodil jetzt nicht. Ja, das... Das kam aber eben auch ganz schnell. Hier ist noch irgendein Viech, das ist ein... Oh, Mensch. Hör auf, das Krokodil, das Krokodil, das Krokodil! Oh Mann, ey, das ist so ganz scheiße, das Spiel. Krokodil und... Der Krokodil hat mich definitiv erledigt. Echt? Ja. Ja, wo bist denn du jetzt? Ja, ich kann jetzt Restart drücken. Wo bist denn du jetzt? Ich lieg hier. Vielleicht kannst du mich wiederbeleben, weiß ich nicht. Ja, hier ist aber noch der Typie. Ja, macht mir kalt. Aber auf einmal war das Krokodil da. So, versuch mal, ob du mich wiederbeleben kannst. Jawoll. Das ist sehr nervenaufreibend hier gerade. Ja, jetzt müssen wir echt... Nach Hause gehen. Das ist aber echt übel, das Krokodil, ne? Ja. Ich hab nichts an Heilung. Ja, wie sieht denn Heilung aus? Haben wir... Ja, da braucht man Kräuter und die haben wir nicht. Okay. Aber man kann auch wahrscheinlich was essen. Ich trinke jetzt erstmal was. Essen, trinken. Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn eigentlich unser Lager? Da ist doch noch Hasi im Feuer. Flauter... Flauter... Ja, da können wir nochmal hingehen, ja. Flauter rumgerenne und geschreie. Ja, hab ich... Das ist irgendwie... Ja, hier sind wir. Hier ist jemand. Da steht jemand auf. Jetzt hoppelt's weg. Mist, ist weg. Na, geh. Die hat geschlafen. Hat die geschlafen. Na, in unserem Lager. Ey, was soll das noch? Ja, wir haben uns Mühe gegeben und dann hat die gesagt, okay, das ist für sie. Das ist nicht für dich. Das ist unser Lager, ist das. Das gehört dir nicht, das ist unser Lager. Guckt euch Niki an, Leute. Das ist unser Lager. Hast du das verstanden? Und jetzt der Kopf ab. Hast du das verstanden? Du sollst nicht fliehen. Sage mal. Sehr geil. Okay. Okay. Ja, sollen wir nochmal zum Lager? Hier ist noch ein Hase. Am Feuer kannst du essen. Ich ess da auch gleich noch was. Am Feuer, am Feuer. Ach da. Da ist das Feuer. Das ist ganz... Ach du Scheiße. Ey, das arme Ding. Die Schildkröte zieht den Kopf ein und macht die Fötchen so vor. Ja. Aber Niki versuchst es trotzdem weiter. Ne, das geht nicht. Okay. Da ist wieder eine. Ach, jetzt zeige ich das Feuer aus, was ihn angeht. Da sind wieder... Boah, hier muss ein ganzes Nest sein. Was ist hier? Drei Viecher. Vier. Die laufen den Strand entern. Fünf. Sechs. Alter! Dann hauen wir ab, komm. Das schaffen wir nicht. Was denn? Ne, komm doch weg. Komm weg. Ja, ich glaub, die suchen uns. Ich bin irgendwo gegengelaufen. Oh, ich bin ganz woanders jetzt hier. Ich bin quer durch meinen Raum gelaufen gerade. Was? Ach, ich muss mich waschen, um meine Infektion vorzubeugen. Ah ja. Äh, ist wohl gefährlich, ne? Im schmutzigen Wasser. Okay, lerne über die Grundlagen des Überlebens. Ne, haben wir schon. Und wir wissen, überall sind Krokodile. Ja, komm, ähm, laufen wir hier lang? Wo bist du denn noch da? Ich spiele noch mit dem Kopf. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass hier nichts rauskommt, ne? Ich bin irgendwie quer durch meinen Raum gelaufen und hab das erst gemerkt, als ich gegen den Stuhl gerannt bin. Ja, passiert oft. Da hat ich Ruch. Guck mal, da oben. Oh, ei, ja. Wir lassen uns hier langlaufen. Mhm. Okay, hier ist keiner. Weil hier hab ich die eben gesehen. Die sind bestimmt von da hinten gekommen. Ja, sollen wir da hingehen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir müssen, um an unsere Base zu kommen. Was würdest denn du sagen, in welche Richtung wir müssen? Ich würde, tendenziell würde ich noch da sagen, aber das kann auch da sein. Das würde ich auch sagen. Also, wir wissen ja nicht, wie wir uns gedreht haben in der Höhle, ne? Ja. Ja, da gibt's auf jeden Fall was zu entdecken. Komm, lass uns das machen. Mhm. Mein Magen möchte auch was entdecken. Schon wieder? Mhm. So, jetzt werden wir sehen, was da ist. Jetzt sind da hundert von diesen Mutanten. Ja, und ich bin langsam in der Ausdauer. Ah, ah, Schnee. Ich hab keine Energie. Das ist irgendwie viel schlimmer. Aber ich hab zu wenig von den Heilungspflanzen. Wie sehen die denn aus? Ja, so ein bisschen wie weiße Blätter mit so einem roten Öppchen in die Mitte. Oh, da sind auch viele. Eins, zwei, drei. Ja, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Sollen wir gucken gehen, oder? Nee, wir gehen da hoch, oder? Ich komm. Ja, komm, dann gehen wir da hoch. Das ist ein schöner Wasserfall. Die haben uns auf jeden Fall gesehen. Jetzt muss ich erst mal kontrollieren, wo ich stehe. Dass ich nicht hier wild um mich schlage und noch irgendwas kaputt mache hier im Raum. Was ist das da oben? Siehst du das? Das rote? Ja. Ja, dann sollten wir uns das mal angucken, oder? Das gucken wir uns auf jeden Fall an, ja. Oh, die Ausdauer. Ach, da sind Bücher. Hier ist ja nett. Kleiner Teich. Hier so ein kleines Häuschen am Teich wäre auch nicht schlecht. Ah ja, da sind Bücher. Jetzt erkenne ich es auch. Da liegen noch Tochter. Guck mal, hier ist doch nett, wenn man... Na gut, hier fließt Wasser, aber wenn man hier so ein Häuschen hätte. Aber hier kann man trinken. Ich trinke schon mal. Hallo. Ihr blöde Männer. Willst du auch noch was trinken? Oh. Das Feuerzeug bräuchte ich jetzt nicht. Ach, der bräuchte. Habe ich ihn jetzt beleidigt, oder was, Knut? Das ist Schweini. Das ist ein Schwein, ja. Ich sehe es gerade auch. Pass mal auf, der Typik guckt da zu mir. Hier ist noch ein... Huch. Ja, da ist noch eins. Und hier ist noch ein großes. Hallo. Komm, ab. Oh, wie der schreit, ey. Du rufst deine Freundin nicht. Oh, der hat mich verletzt. Noch was, noch was, ne? Oh. Doch, da kommt noch was. Die Frau kommt. Ja. Die läuft weg. Die läuft weg. Ja, also, würde ich auch weglaufen, ey. Wo bist denn du? Ich habe hier... Naja. Hat das Schwein viel Fleisch gebracht? Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich gucke mal. Ja, zwei große Stücken. Ich habe auch noch Hasi dabei, komischerweise. Ich dachte, ich habe den gegrillt, aber... Kann man die roten Dinger essen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe erst irgendwelche Beeren gegessen. Ich gucke mal kurz ins Überleben. Ja, guck mal, ich renne Schweini hinterher. Sonnenhut. Die sind aber nicht gut. Also, die sind nicht essbar. Du läufst Schweini hinterher und... Ah, da bist du. Okay. Die sind aber gut. Also, blaue Beeren sind gut. Mhm. Aber ich kriege einfach keine Heilung. Ich bin ganz unten vom Balken her. Müssten echt mal so ein paar Kräuter hier finden. Ja, wir... Also, hier... Aber hier sind doch weiße. So. Hier ist auch noch... Hier ist auch noch ein Strauch mit Beeren. In den Hunger. Ja, den habe ich eben gegessen. Ach so. Okay, du bist zu schnell. Okay, du bist da. Lass uns mal nochmal Richtung Strand ein bisschen laufen. Das sind auf jeden Fall keine Heilkräuter. Das ist blöd. Da unten ist noch wie so ein Zelt. Guck mal. Ja, lass uns das mal angucken. Hier sind auch Pilze. Aber die will ich jetzt nicht essen, weil ich habe kaum noch Energie. Ja, guck mal. Da nach rechts sind auch noch so eine Dinger. Was uns bei den Holzhütten erwartet, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.